Der Kampf in Übergreifung 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 Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein, zwei, die Europäische Rade. ... ... ... ... ... ... ... la, 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 la... Jetzt geht's! Ruf! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Komm, 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 komm! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's für heute. Ja! Vorhaftes Erlebnis ist in der dritten Runde erhebt die Rote der nicht weit verwarmen, aber die Schulterstoßen hat er nicht gehalten. Er schützt das omnisvolle Ergebnis wieder nach München und damit, wieder mein Meistertag der Wingsklasse, der Kämpfer aus der blauen Ecke, den er geht in das Wort zu kämpfen. Er schützt die Rote der Wingsklasse. Er schützt die Rote der Wingsklasse. Die Rote der Wingsklasse